Der Vorhang fiel für Radar O'Reillys ikonische Rolle und die Fans der Mas-Egg-Serie waren schockiert und fragten sich, was Gary Berkhoffs plötzlichen Abgang wirklich verursacht hat. War es der anstrengende Drehplan, kreative Differenzen mit den Machern der Show oder ein geheimes Problem, das ihn an den Rand brachte? Lassen Sie uns nun den Vorhang lüften und die Geheimnisse hinter den Kulissen aufdecken, die die schockierende Wahrheit über Garys Ausscheiden enthüllen werden. Bevor wir tiefer eintauchen, gehen wir zurück zu Gary Berkhoffs Anfängen, beginnend mit seiner Kindheit und Jugend. Frühes Leben Gary Berkhoff wurde am 24. Mai 1943 in Bristol, Connecticut als Sohn von Rodney und Anne Berkhoff geboren. Er war das jüngste von drei Kindern mit den älteren Schwestern Barbara und Carol. Sein Vater Rodney war Arbeiter in der Fertigung, während seine Mutter eine professionelle Tänzerin war, die auch lokale Theateraufführungen leitete und die Familie führte ein einfaches Leben. Garys frühe Jahre waren von großem Interesse an den Künsten geprägt. Mit acht Jahren begann er Schlagzeug zu spielen und entwickelte sich so weit, dass er bei lokalen Talentshows auftreten konnte. Auch sein Interesse am Zeichnen und Malen wuchs, was schließlich zu einem ernsthaften Hobby wurde. Gary war ein ruhiges und introvertiertes Kind, das oft Trost in seiner eigenen Gesellschaft fand. Aufgrund seiner Legasthenie, die das Lesen und Schreiben erschwerte, hatte er Schwierigkeiten in der Schule. Trotz dieser Herausforderungen fand er Trost in kreativen Betätigungen und seine Eltern ermutigten ihn, seine künstlerische Seite zu verfolgen. Als Gary etwa zehn Jahre alt war, zog die Familie Berghoff nach Delavan, Wisconsin. Garys künstlerische Fähigkeiten begannen, während seiner Schulzeit an der Delavan High School zu erblühen. Er spielte Schlagzeug mit dem Bud Wilbur Orchestra in Clubs in Milwaukee und erhielt 1961 den Hallmark Award für sein Gemälde Men of Jazz, das Wisconsin bei einer Kunstausstellung in Washington, D.C. vertreten hat. Seine Schauspielkarriere nahm an Fahrt auf, als er in der High School in Musicals wie The Boyfriend auftrat und unter der Regie seiner Mutter am Belfry Theater tanzte. Nach dem Abschluss der High School ging Gary an die University of Wisconsin-Milwaukee, um Drama und bildende Kunst zu studieren. Er hatte jedoch Schwierigkeiten, sich akademisch einzufügen und brach schließlich ab, um eine Karriere als Schauspieler zu verfolgen. Bevor er berühmt wurde, verdiente sich Gary Berghoff seinen Lebensunterhalt mit verschiedenen Gelegenheitsjobs wie Kellner, Lieferfahrer und Tierpfleger sowie dem Verkauf von Unterwäsche bei Saks Fifth Avenue. In der Zwischenzeit verfeinerte er seine musikalischen Fähigkeiten, indem er Jazz in lokalen Bars spielte und seine Gesangstechnik perfektionierte, sowie seine künstlerischen Fähigkeiten durch Malen und Zeichnen in seiner Freizeit erweiterte. Vom aufstrebenden Schauspieler zum TV-Ikone war Gary Berghoffs Weg zu Radar O'Reilly, ein beschwerlicher Pfad aus kreativer Erkundung, Ausdauer und einem Hauch von Glück. Lassen Sie uns die faszinierende Geschichte betrachten, wie dieser talentierte Schauspieler die Rolle seines Lebens bekam. In der wettbewerbsintensiven Unterhaltungsindustrie waren Gary Berghoffs frühe Rollen durch kurze Film- und Fernseheinsätze geprägt, während er versuchte, sich einen Namen zu machen. Er hatte einen kleinen Auftritt als Hotelangestellter im Film »The Graduate« von 1967, der eine seiner frühesten bekannten Rollen darstellte. Da es sich um seine erste Leistung in einer Großproduktion handelte, stellte diese kleine Rolle einen bedeutenden Wendepunkt in seiner Karriere dar. In den frühen 1960ern begann Gary, größere Rollen zu übernehmen, wie zum Beispiel eine wiederkehrende Rolle in der erfolgreichen Fernsehserie »The Name of the Game«. Außerdem nahm er an mehreren Theateraufführungen teil, wie der Broadway-Version von »The Playboy of the Western World«. Berghoff verbesserte seine Fähigkeiten und sammelte Erfahrung durch diese frühen Jobs. Die von der Kritik hochgelobte Off-Broadway-Aufführung von »You're a Good Man – Charlie Brown«, in der Gary Berghoff als »Charlie Brown« auftrat, markierte die Durchbruchrolle des Schauspielers und half dabei, die Bühne für seine legendäre Darstellung des Radar O'Reilly in »MASH« vorzubereiten. Gary wurde ausgewählt, in Robert Altmans Film »MASH« mitzuspielen, der in den 70er Jahren veröffentlicht wurde. Gary erlangte große Bekanntheit für seine Darstellung des liebenswerten und exzentrischen Verwaltungsangestellten Radar O'Reilly in dem von der Kritik gefeierten und finanziell erfolgreichen Film. Trotz seiner Rolle als Teamplayer war seine Leistung besonders bemerkenswert und er gewann schnell die Herzen der Fans. Gary Berghoff war das einzige Mitglied des Teams, das die gleiche Rolle spielte, als der Film 1772 in eine Fernsehserie umgewandelt wurde. Unter dem Namen »MASH« lief die Serie über elf Staffeln und war ein großer Erfolg. Garys Darstellung des Radar brachte ihm mehrere Emmy Awards ein. Garys Performance als »Radar O'Reilly« war bekannt für die Kombination von Intelligenz, Sensibilität und Humor. Die Zuschauer identifizierten sich mit dem Charakter, was ihn zu einem Publikumsliebling machte und ihm Lob von Kritikern für seine komplexe Darstellung einbrachte. Der Erfolg des Programms wurde weitgehend seiner Verbindung zu den anderen Darstellern und seiner Fähigkeit zugeschrieben, Radar mit Charme und Realismus darzustellen. Die Rolle des Radar O'Reilly markierte einen bedeutenden Wendepunkt in Garys Karriere. In Interviews hat er erklärt, dass ihn die Unreife und Unschuld des Charakters faszinierten und er eng mit den Schöpfern der Show zusammenarbeitete, um Radars einzigartige Persönlichkeit zu gestalten. Neben seinem Engagement bei MASH blieb Gary auch in den 70er und 80er Jahren aktiv in Film und Fernsehen. Er spielte in zwei für das Fernsehen produzierten Filmen »The Last Detail« und »Bwo A L T E A« und hatte Gastauftritte in bekannten Programmen wie »The Mary Tyler Moore Show« und »Lou Grant«. Hinter dem ikonischen Teddybär und dem sanften Lächeln war Gary Berkhoffs Weg, Radar O'Reilly zum Leben zu erwecken, ein komplexer und herausfordernder. Lassen Sie uns einen Schritt zurückgehen und die physischen und psychischen Anforderungen betrachten, die mit der Darstellung eines geliebten Charakters verbunden sind, sowie die Hingabe und Leidenschaft, mit der Gary Radar zum Leben erweckte, auf eine Weise, die das Publikum bis heute fesselt. Der stille Kampf hinter dem Lächeln Viele Menschen betrachten Gary Berkhoffs Leistung als »Radar O'Reilly« in »Mass, haha«, als eine der berühmtesten in der Fernsehistorei. Doch die Verwirklichung dieses geliebten Charakters war nicht ohne Herausforderung. Die Arbeit an der Show setzte Gary sowohl physisch als auch psychisch enorm unter Druck, was sich negativ auf sein allgemeines Wohlbefinden auswirkte. Die Rolle des Radar war ein intensives körperliches Spiel. Gary musste seine Energie und Begeisterung während der langen Drehtage aufrechterhalten, die häufig zwölf Stundenschichten an sechs Tagen in der Woche umfassten. Um Radars einzigartiges Aussehen zu erzielen, musste er auch die körperlichen Strapazen ertragen, die mit dem Tragen von sperrigen Kostümen und Prothesen-Make-up verbunden waren. Gary musste eine bestimmte körperliche Präsenz bewahren, um den klassischen, freundlichen, unschuldigen und Teddy-begeisterten Verwaltungsangestellten zu spielen. Zudem hatte Gary nur begrenzt Zeit, um seine Szenen vorzubereiten und zu proben aufgrund des anspruchsvollen Drehplans und strenger Fristen der Show. Die körperliche Belastung wurde durch die Notwendigkeit erhöht, häufig schwierige Dialoge zu lernen und auf die schnelle, aufwendige physische Komödie zu choreografieren. Das Spielen von Radar war auch geistig herausfordernd für Gary. Um die Unschuld und Sensibilität des Charakters zu verkörpern, musste Gary tief in seine inneren Reserven greifen. Es war emotional erschöpfend für ihn, eine verletzliche Seite von sich selbst anzusprechen, um mit Radars mildem Gemüt und sympathischer Veranlagung umzugehen. Zudem litt Garys psychische Gesundheit unter den starken und häufig verheerenden Geschichten der Show, die die brutalen Realitäten des Krieges beleuchteten. Seine Darstellung eines Mannes, der ständig den Schrecken des Krieges ausgesetzt war, trug eine schwere emotionale Last, wie er offen besprochen hat. Im Verlauf der elf Staffeln der Show musste Gary auch Radars Unschuld und Naivität bewahren. Die Persönlichkeiten rund um Radar änderten und entwickelten sich im Laufe der Serie weiter, aber Radars Unschuld blieb unverändert. Gary musste ständig neue Ideen entwickeln, um die Vertrautheit und Frische des Charakters zu erhalten, ohne seine wesentlichen Eigenschaften zu opfern. Trotz dieser Hindernisse hielt Gary durch, dank seines Engagements für die Rolle und seiner Leidenschaft, Radar zum Leben zu erwecken. Er kam den Schauspielern und der Crew nahe, die ihm während des gesamten Prozesses halfen und ihn ermutigten. Auch arbeitete er eng mit den Autoren der Show zusammen, um sicherzustellen, dass Radars Entwicklung mit seiner Vision übereinstimmte. Darüber hinaus waren Garys begrenzte Rollenoptionen als Radar eine Folge seiner Typisierung. Trotz seiner Vielseitigkeit als Schauspieler fand er sich häufig als Radartyp etikettiert und hatte Schwierigkeiten, Rollen zu bekommen, die nicht mit seinem bestehenden Image übereinstimmten. Gary sehnte sich danach, verschiedene Charaktere und Genres zu erkunden, daher war diese Art der Besetzung nicht nur ärgerlich, sondern auch kreativ einschränkend. Zudem behinderte Garys Verbindung zu Radar seine Verfolgung anderer künstlerischer Interessen, wie Schreiben und Regie führen. Trotz seiner Leidenschaft für diese Bereiche wurden er von Produzenten und Studios häufig mit Skepsis und Misstrauen betrachtet und lediglich als Schauspieler gesehen, nicht als vielseitiges kreatives Talent. In der Mesh-Einheit 4077 brodelte ein kreativer Clash der Titan. Zwei der beliebtesten TV-Stars, Gary Berkhoff und Alan Alda, lieferten sich ein Duell der Intelligenz, Egos und Schauspielstile. Was geschah, als Radars Charme auf Hawkeyes Intensität in dem unvergesslichen Drama hinter den Kulissen von Mesh traf? Die Rivalität zwischen Gary und Alda Ego gegen Charme Die Rivalität zwischen Gary und Alda Die Beziehung zwischen Gary Berkhoff und Alan Alda am Set von Mass R war bekannt für ihre Reibung. Berichten zufolge war die Interaktion zwischen den beiden Schauspielern schwierig, wobei Alda, der Hawkeye Pierce spielte, besonders hitzige Auseinandersetzungen mit Gary hatte. Einer Quelle zufolge galt Gary als schwer zu handhaben, wobei einige Mitglieder des Casts und der Crew ihn als unangenehm empfanden. Seine geäußerten Wünsche nach mehr Bildschirmzeit für seine Rolle und sein Method-Acting-Stil, der gelegentlich zu Meinungsverschiedenheiten mit den Autoren und Regisseuren der Show führte, trugen zu Garys Ruf als schwieriger Kollege bei. In einem spezifischen Vorfall soll Gary alle am Set unhöflich behandelt haben, weil er glaubte, es gebe eine Verschwörung gegen ihn. Offenbar herrschte Spannung und Reibung zwischen den Schauspielern, da er bei Konfrontationen Wutausbrüche hatte. Die angespannten Beziehungen am Set wurden durch Garys Verhalten weiter verschärft, das in einigen Fällen als wenig kooperativ beschrieben wurde. Die Begegnungen und Streitigkeiten, die Gary und Alda während der Dreharbeiten hatten, trugen dazu bei, die Spannungen zwischen ihnen noch weiter zu betonen. Laut einem Bericht scheint Alda während einer Szene in der Episode Bug Out Garys Haltung zu verspotten, in dem Hawkeye und Radar miteinander sprechen. Diese Szene deutet darauf hin, dass es zwischen den beiden Schauspielern einen gewissen Konflikt gab, der ihre Arbeitsbeziehung beeinflusste, ebenso wie andere Vorfälle hinter den Kulissen. Gary und Alda hatten unterschiedliche Schauspielansätze, was einen der Hauptstreitpunkte zwischen ihnen darstellte. Gary, ein Schauspieler mit größerer Intuition und Instinkt, erweckte Radar mit seinem natürlichen Charisma und Charme zum Leben. Alda hingegen war ein analytischer und intellektueller Schauspieler, der seine Darstellungen mit viel Intellektualität und Vorbereitung angegangen ist. Diese unterschiedliche Herangehensweise führte häufig zu Meinungsverschiedenheiten über den Verlauf des Stücks und die Charakterentwicklung. Als Hauptfigur und Star des Programms hatte Alda erheblichen kreativen Einfluss auf die Produktion und das Schreiben von MassAger. Gary hingegen glaubte, dass Aldas Kontrolle über die Show seine kreative Entfaltung behinderte und seine Chancen einschränkte, als Schauspieler voranzukommen. Er war der Meinung, dass die leichteren und humorvollen Elemente der Serie, die häufig Garys Bereich waren, durch Aldas obsessive Aufmerksamkeit für die intellektuellen und politischen Themen der Show überschattet wurden. Außerdem näherten sich Gary und Alda ihren öffentlichen Personas und Persönlichkeiten unterschiedlich. Alda war intensiver und ernster, während Gary entspannter und gelassener war. Alda war mehr darauf bedacht, seine Plattform zu nutzen, um soziale und politische Themen anzusprechen, während Gary zufrieden war, die Rolle des Radar zu spielen und den Ruhm und die Bewunderung zu genießen, die damit einhergingen. Viele Jahre lang arbeiteten Gary und Alda trotz dieser Konflikte professionell an MassA zusammen. Es gab jedoch eine spürbare Spannung zwischen ihnen, die häufig die Dynamik zwischen der Crew und dem Cast beeinflusste. In Interviews und öffentlichen Auftritten machte Gary oft Witze über Aldas Leidenschaft und Ernsthaftigkeit, während Alda Garys Talent und komödiantisches Genie anerkannte. Hinter dem ikonischen Charakter des Radar O'Reilly verbarg Gary Berkhoff ein Geheimnis, eine deformierte Hand, die ihn vom Dienst hätte disqualifizieren können. Dennoch verwandelte er seine Verletzlichkeit in eine Stärke und brachte Millionen durch seine Darstellung Freude und Inspiration. Gary Berkhoffs Handbehinderung Poland-Syndrom ist eine seltene angeborene Krankheit, die die Entwicklung von Gary Berkhoffs linker Hand von Geburt an beeinträchtigte. Folglich war seine linke Hand drei Finger kürzer als seine rechte. Aufgrund dessen hätte er als dienstuntauglich in der Armee gegolten, was die bemerkenswerte Qualität seiner Darstellung von Radar O'Reilly, dem Verwaltungsangestellten in der MASH-Einheit 4077, noch verstärkt. Während seiner Zeit bei MASH nutzte Gary Requisiten, Klemmbretter oder hielt seine missgebildete Hand in seiner Tasche versteckt, um zu verhindern, dass sie fotografiert wurde. Der Schauspieler entschied sich bewusst, die Integrität seines Charakters zu wahren und potenzielle Ablenkungen für das Publikum zu vermeiden. Radar O'Reilly, ein junger und naiver Armeekleriker, sollte keine erkennbare körperliche Abnormalität aufweisen. Und Gary war entschlossen, diesen Aspekt des Charakters beizubehalten. Doch Gary musste auch mit der ständigen Herausforderung kämpfen, seine Hand zu verbergen, um seine Worte überzeugend zu liefern und die Aktionen seines Charakters glaubhaft auszuführen, musste er sorgfältig darauf achten, wo er seine Hand in jeder Szene platzierte, damit sie verborgen blieb. Dies erschwerte seinen Schauspielprozess zusätzlich, da er ein Gleichgewicht zwischen der emotionalen Tiefe, die erforderlich war, um Radars Charakterentwicklung darzustellen, und den physischen Herausforderungen des Verbergens seiner Hand finden musste. Trotz dieser Schwierigkeiten blieb Gary's Engagement für sein Handwerk unerschütterlich. Er ging jede Szene mit Professionalität und einem Streben nach Perfektion an und sorgte dafür, dass seine Leistung als Radar O'Reilly echt und unterhaltsam war. Seine Fähigkeit, die Herausforderungen durch seine deformierte Hand zu überwinden und gleichzeitig eine unvergessliche Leistung zu erbringen, beweist sein Schauspieltalent und seine Widerstandsfähigkeit. Zudem könnte Gary's Perspektive auf Diversität und Inklusion in der Unterhaltungsindustrie durch seine Erfahrungen mit seiner deformierten Hand beeinflusst worden sein. Es ist möglich, dass er empfindlicher für die Schwierigkeiten war, die Schauspieler mit Behinderungen oder markanten körperlichen Merkmalen erfahren, da auch er mit physischen Hindernissen in seiner Karriere zu kämpfen hatte. Sein Erfolg in diesem Bereich trotz seiner Deformitäten könnte andere inspiriert haben, die ähnliche Herausforderungen durchlebten. Von Radars sanften Scherzen bis zu Gary Berkhoffs privaten Kämpfen war die zehnjährige Reise dieses Schauspielers bei Mesh von sowohl Freude als auch Turbulenzen geprägt. Warum verließ er schließlich die Show, die ihn zum Star machte? Lassen Sie uns die überraschenden Gründe hinter Gary's bittersüßem Abschied von der Mesh-Einheit 4077 enthüllen. Was war der wahre Grund? Was war der wahre Grund, warum Gary Berkhoff Mesh verließ? Fans und Liebhaber der Fernsehsendung Mesh sind immer noch neugierig auf Gary Berkhoffs Ausscheiden aus dem Programm, das ihn durch seine denkwürdige Darstellung von Radar O'Reilly bekannt machte. Er entschied sich, die Show aus sowohl persönlichen als auch beruflichen Gründen zu verlassen. Gary wollte sich auf sein Familienleben konzentrieren, was einen der Hauptgründe für seinen Ausstieg darstellt. Seine Ehe mit Janet Guile litt unter den Anforderungen, sein persönliches und berufliches Leben zu jonglieren. Obwohl Gary einen strengen Arbeitszeitplan und die Verantwortung eines Prominenten hatte, waren er und Janet seit 1971 verheiratet und ihre Ehe zeigte bereits Anzeichen von Belastung. Gary, der eine zentrale Rolle als Radar O'Reilly im Programm spielte, wurde schmerzlich vermisst. Doch er fand es immer schwieriger, sich auf seinen Beruf zu konzentrieren, aufgrund der Probleme in seiner Ehe. Wie er es ausdrückte? Ich durchlebte viel Schmerz und Qual und es war schwer, dies von meiner Arbeit zu trennen, erklärte er in einer öffentlichen Stellungnahme darüber, wie seine persönlichen Probleme seine Leistung beeinflussten. Letztendlich endete Garys Ehe mit Janet Guile 1979 aufgrund des Konflikts zwischen seinem persönlichen und beruflichen Leben. Gary hat darüber gesprochen, wie schwierig und schmerzhaft seine Scheidung war und wie sehr er es bedauerte und sich schuldig fühlte, die Ehe nicht zusammenhalten zu können. Auf der Suche nach einer besseren Work-Life-Balance und dem Wunsch, den Einschränkungen der Typisierung zu entkommen, verließ Gary Berkhoff MASH, um sich auf seine Familie zu konzentrieren und neue Möglichkeiten zu erkunden. Nach einem Jahrzehnt, in dem er Radar O'Reilly darstellte, glaubte Gary, dass die Rolle ihn definiert hatte und seine schauspielerischen Fähigkeiten nicht vollständig genutzt wurden. Im Unterhaltungsbusiness tritt ein Phänomen auf, das als Typisierung bekannt ist, bei dem ein Schauspieler untrennbar mit einer bestimmten Rolle oder Figur verbunden wird, was es schwierig macht, sich von diesem Image zu lösen und neue Jobs zu verfolgen. Gary glaubte, dass das verehrende und naive Image von Radar zu einem wesentlichen Bestandteil seines öffentlichen Charakters geworden war und dass die damit verbundenen Erwartungen ihn einschränkten. Gary sagte, Ich begann das Gefühl zu haben, dass ich nur eine Karikatur von mir selbst war, während er darüber sprach, wie er sich in der Rolle gefangen fühlte. Ich wurde nicht ernst als Schauspieler genommen, ich spielte einfach Radar. Er sehnte sich danach, seine Vielseitigkeit zu zeigen und vielfältigere Rollen zu übernehmen, fand es jedoch schwierig, andere Unternehmungen zu verfolgen aufgrund der Verpflichtungen bei Mesh. Gary hatte einen extrem anspruchsvollen Arbeitszeitplan, der lange Stunden vor Ort und einen schwierigen Produktionszeitplan beinhaltete. Er verpasste wichtige Zeit mit seiner Frau Janet und ihren beiden Kindern. Gary war ein liebevoller Ehemann und Vater, daher spürte er den Verlust stark, was sich negativ auf seine Beziehungen und sein allgemeines Wohlbefinden auswirkte. Gary bemerkte in einem Interview, Ich verpasste das Aufwachsen meiner Kinder. Ich verlor Feiertage, Geburtstage und alle wichtigen Ereignisse im Leben. Er erkannte, dass sein Engagement für Mesh ihn teuer zu stehen kam und dass es an der Zeit war, seine Prioritäten neu zu ordnen. Durch das Verlassen von Mesh konnte Gary den Fesseln der Typisierung entkommen und sich auf sein Familienleben konzentrieren. Er hat darüber gesprochen, wie ihm das Verlassen der Show geholfen hat, Beziehungen zu seiner Familie und seinen Freunden wiederherzustellen und ein Gefühl von Erfüllung und Ausgeglichenheit neu zu entdecken, das jahrelang gefehlt hatte. Nach seinem Ausstieg aus Massa war Gary weiterhin aktiv in der Unterhaltungsbranche und übernahm eine Reihe von Rollen, die seine Vielseitigkeit als Schauspieler unter Beweis stellten. Er hielt auch öffentliche Reden über die Bedeutung, die Familienzeit an erste Stelle zu setzen und ein Gleichgewicht zwischen persönlichem und beruflichem Leben zu finden. Seine Erfahrungen dienen als wichtige Erinnerung daran, dass es entscheidend ist, unser Wohlbefinden zu priorisieren und gesunde Beziehungen zu pflegen, besonders angesichts großen Erfolgs. Die besondere zweiteilige Mesh-Episode Goodbye Radar ehrte Gary Berkhoffs Ausscheiden aus der Show und wurde 1979 ausgestrahlt. Die Episode war ein herzlicher Abschied von dem geschätzten Verwaltungsangestellten und eine meisterhaft komponierte Hommage an Radars Persönlichkeit. Die Handlung der Episode dreht sich um Radars Entscheidung, die 4077. Mesh-Einheit zu verlassen und in sein amerikanisches Dorf zurückzukehren. Es gibt eine Reihe von Gefühlen im Lager, während Radar sich auf den Abschied vorbereitet, darunter Traurigkeit, Dankbarkeit und Nostalgie. Die Episode kombiniert geschickt komödiantische Sequenzen, nostalgische Momente und Rückblenden, um Radars Einfluss auf das Lager und die Leben, die er beeinflusst hat, hervorzuheben. Durch die ganze Episode hindurch verleiht Gary's ehrliche und aufrichtige Leistung dem Abschied von Radar zusätzliche Tiefe und Subtilität. Während er sich von seinen Verbündeten Colonel Sherman T. Potter, Hawkeye und Trapper verabschiedet, sind die Zerbrechlichkeit und Sensibilität des Charakters deutlich sichtbar. Radars Abschiedsrede, in der er dem Lager und den Menschen, die seine Familie geworden sind, dankt, ist eine der denkwürdigsten Szenen der Episode. Gary fängt den Geist von Radars Unschuld, Großzügigkeit und Loyalität auf eine bewegende und herzzerreißende Weise ein. Diese Episode enthält auch zahlreiche Verweise auf Radars bekannte Momente aus der Show, wie seine Vorliebe für Essen, sein Teddy und seine schelmischen Verhaltensweisen. Diese Anerkennungen dienen als Erinnerung an Radars anhaltende Präsenz im Lager und das Glück, das er dem Publikum und den Charakteren gebracht hat. Sowohl Kritiker als auch Zuschauer vergaben der Episode Goodbye Radar hohe Bewertung. Viele stufen sie als eine der besten Episoden der Serie ein. Sie zeigte Burkhoffs Können und Engagement für die Rolle und ehrte angemessen Radars Persönlichkeit. Seit ihrer Erstausstrahlung hat sich die Episode als Meisterwerk des amerikanischen Fernsehens etabliert und wird weiterhin für ihre bewegende, humorvolle und emotionale Tiefe geschätzt. Sie bleibt ein liebgewonnener Abschied von Radar und eine kraftvolle Erinnerung an den Einfluss, den MASH sowohl auf das Leben der Zuschauer als auch der Charaktere hatte. Als Radar O'Reilly die 4077. MASH-Einheit verließ, verließ nicht nur ein Charakter die Show. Ein Teil des Herzens der Serie ging mit ihm. Der Einfluss von Garys Ausstieg Ein Abschied von der Unschuld Der Einfluss von Gary Burkhoffs Ausstieg auf die Show Die Dynamik von MASH wurde durch Gary Burkhoffs Abschied im Jahr 1999 erheblich verändert. Die Besetzung, die Crew und das Publikum erlebten einen großen Verlust, als Radar O'Reilly, die von ihm gespielte Figur die 4077. MASH-Einheit verließ. Der Verlust einer wesentlichen komödiantischen Komponente war eine der auffälligsten Folgen von Garys Abgang. Radars Unschuld, Naivität und sanfte Scherze hatten der Komödie ein einzigartiges und charmantes Element verliehen. Seine Beziehungen zu den anderen Charakteren, insbesondere zu Trapper und Hawkeye, waren zu wiederkehrenden Themen in der Show geworden. Mit Radars Abgang verschob sich der humorvolle Ton der Show und die Autoren mussten sich auf eine neue Dynamik einstellen. Die persönlichen Auswirkungen von Berkhoffs Ausstieg wurden auch von der Besetzung und der Crew gespürt. Über Garys zehn Jahre in der Show waren viele von ihnen enge Freunde geworden, daher war sein Fehlen stark zu spüren. Alan Alder, der Hawkeye Pierce spielte, hat darüber gesprochen, wie ihn der Abschied seines Freundes Gary Berkhoff betroffen machte und sagte, Gary war ein lieber Freund und es war schwer, ihn zu verlieren. Garys Abgang beeinflusste auch die Charakterentwicklung und die Handlungsstränge der Show. Um das Vakuum, das Radars Abgang hinterließ, zu füllen, schufen die Autoren neue Charaktere wie Private Klinger und Father Mulcahy. Die Show begann, sich stärker auf persönliche Probleme und Beziehungen zwischen den Hauptfiguren wie Hawkeye, Trapper und BJ Honeycutt zu konzentrieren. Zudem mussten sich die Crew und die Besetzung an eine neue Arbeitsdynamik in Garys Abwesenheit gewöhnen. Die Geschichte der Show erlebte durch seinen Abschied einen dramatischen Wandel und es dauerte eine Weile. bis sich alle daran gewöhnt hatten. Loretta Swit, die Hot Lips Houlihan spielte, erinnerte sich in einem Interview daran, dass es wie der Verlust eines Familienmitglieds war. Wir mussten einen neuen Rhythmus und eine neue Methode der Zusammenarbeit finden. Die Show setzte ihre Entwicklung fort und erkundete neue Ideen und Handlungsstränge trotz der Schwierigkeiten. Ihr Einfluss auf das amerikanische Fernsehen wurde gefestigt und die Sendung blieb ein kritischer und wirtschaftlicher Erfolg. Viele der Besetzungsmitglieder blieben auch lange nach dem Ende der Show enge Freunde und die Crew und die Schauspieler arbeiteten weiterhin zusammen. Nach seinem Ausstieg aus MASH nahm Gary Berkhoffs Leben eine neue Richtung, als er vom ikonischen Radar O'Reilly zu einer Vielzahl von Möglichkeiten in seiner Karriere und seinem Privatleben überging. Während Radar O'Reilly weiterhin eine geliebte Figur in der Fernsehgeschichte bleibt, war Gary's Reise nach MASH geprägt von einer Mischung aus künstlerischen Bestrebungen, Bemühungen im Bereich des Naturschutzes und einem anhaltenden Engagement für die Familie. Eine neue Richtung. Burkhoffs Leben nach MASH nach MASH verfolgte Gary Berkhoff eine breite Palette von Unternehmungen und Projekten, die seine Karriere prägten. In der Fernsehbranche trat er in verschiedenen Programmen auf, wie Hollywood Squares, Liars Club, Match Game und Tattletales. Neben diesen Auftritten war er in Episoden von Ellery Queen, The Love Boat, B.S. I Love You und After MASH, einem MASH-Spinoff, das die Charaktere nach dem Krieg zeigte, zu sehen. Neben seinen Fernsehrollen trat Gary auch in anderen Filmen wie Daniel's Lot, Small Kill und Show-Offs auf. Durch die Übernahme unterschiedlicher Rollen und Genres zeigte er seine Vielseitigkeit als Darsteller. Seine Arbeit in Filmen ermöglichte es ihm, verschiedene Charaktere und Handlungsstränge zu erkunden und er fügte den Projekten stets seinen markanten Charme und Witz hinzu. Gary fand Stabilität und Erfüllung in seinem Privatleben. Er heiratete erneut, stellte seine Familie an erste Stelle und genoss ein ruhigeres Leben abseits des Trubels von Hollywood. Viele seiner Bewunderer erkannten und schätzten seine Entscheidung, sich aus dem Rampenlicht zurückzuziehen um seine Gesundheit und sein Glück an erste Stelle zu setzen. Gary nutzte auch erfolgreich seine Popularität, um als Sprecher für eine Reihe von Unternehmen tätig zu werden. In den 1880er Jahren war er das TV-Gesicht von IBM-Computern und BP-Benzin. Er war perfekt für diese Positionen geeignet aufgrund seiner freundlichen Art und seines sofort erkennbaren Aussehens, was auch diesen Unternehmen mehr Aufmerksamkeit verschaffte. Außerdem war er im Jahr 2000 als Sprecher für die Dotcom-Auktionsplattform tätig. Neben seiner Arbeit in der Unterhaltungsindustrie und Werbung ist Gary ein erfolgreicher Wildmaler. Als Autodidakt entwickelte er den Wunsch, die Schönheit der Natur auf Leinwand festzuhalten. Seine Kunstwerke spiegeln seine Liebe zur Natur und seinen Respekt für die Umwelt wieder. Neben seiner Malerei ist Gary ein lizenzierter Wildtiermanager in Kalifornien, der sich um verletzte Tiere kümmert, um ihnen bei der Heilung und Überlebenshilfe zu leisten. Garys Leben wurde auch erheblich durch die Musik beeinflusst. Er leitete das Trio The We Three und ist ein renommierter Jazz-Schlagzeuger. Er spielte Schlagzeug in den Mustsch-Episoden Showtime und Bulletin Board, die seine Leidenschaft für Musik hervorhoben. Er ist glücklich und erfüllt durch seine musikalischen Fähigkeiten und genießt weiterhin das Hören und Aufführen von Musik. Neben seinen kreativen Bemühungen ist Gary Berkhoff auch ein Erfinder. Er hat eine Reihe von innovativen Produkten entwickelt wie Chum Magic, ein Angel. Seine Briefmarkensammlung spiegelt seine Liebe zur Natur und zum Umweltschutz wieder und er hat seine Position genutzt, um Bewusstsein für und Wertschätzung der Umwelt zu fördern. Im Jahr 2009 veröffentlichte Burkhoff ein Buch mit dem Titel To Mass Age and Back My Life in Poems and Songs. Das Buch bietet einen einzigartigen Einblick in sein Leben und seine Karriere sowie eine Auswahl an Gedichten und Liedern, die er im Laufe der Jahre geschaffen hat. Es zeigt seine Kreativität und Vielseitigkeit und gibt zudem einen persönlichen und aufschlussreichen Blick auf seine Erfahrungen. Gary zog sich eine Zeit lang aus dem öffentlichen Leben zurück, kehrte jedoch 2010 zurück, um die Hauptrolle im Film Daniels Lot zu übernehmen. Mit diesem Projekt feierte er sein Comeback als Schauspieler und hatte die Gelegenheit, erneut einen Charakter auf der Leinwand darzustellen. Gary Burkhoff bleibt aufgrund seines Engagements für seinen Beruf und seiner Liebe zum Geschichtenerzählen eine geschätzte Figur in der Unterhaltungswelt. Haben Sie sich jemals gefragt, wie hoch das Vermögen von Gary Burkhoff, dem geliebten Radar O'Reilly aus Mass-Chay, ist? Lassen Sie uns nun den finanziellen Erfolg dieses vielseitigen Schauspielers betrachten. Garys Vermögen enthüllt Vermögen Das Vermögen von Gary Burkhoff wird auf etwa sechs Millionen Dollar geschätzt, das er durch seine erfolgreiche Karriere als amerikanischer Schauspieler angehäuft hat. Besonders bekannt ist er für seine ikonische Rolle als Radar in dem Film Maze Adge und der Spin-Off-Serie, für die er 1777 einen Emmy Award gewann. Neben seiner Schauspielkarriere hat sich Burkhoff auch als talentierter Wildmaler und Jazz-Schlagzeuger etabliert, was sein Vermögen weiter steigert. Zusammenfassend zeigt Gary Burkhoffs bemerkenswerte Reise vom Radar O'Reilly zum Renaissance-Menschen sein kreatives Genie, seinen Unternehmergeist und seinen bleibenden Einfluss auf die Unterhaltungsindustrie. Teilen Sie mir Ihre Gedanken in den Kommentaren mit. Vergessen Sie nicht zu liken, zu teilen und zu abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen.